In einem Land, in dem der Himmel die Erde berührt, in einem Reich, das durch den Krieg zerrissen wurde, müssen sich zwei legendäre Krieger, ein verwaistes Mädchen und ein verirrter Reisender, zusammentun, um das Königreich zu retten. Vor langer Zeit wurde prophezeit, dass ein Suchender kommt und die Herrschaft des Jadefürsten beendet. Und was machen wir jetzt? Wie gut ist dein Kung-Fu? Was? Er kann kein Kung-Fu. Hilfe! Hilfe! Nichts! Hey! Er ist mein Schüler, nicht deiner! Das ist Wahnsinn! Regel 1. Deine Lehre musst du stets achten. Ihr müsst schneller werden, treffsicherer und kraftvoller. Der Jadefürst hat einen Kopfgeldjäger geschickt. Ein Kampf auf Leben und Tod. So sei es. Wir können uns töten, wenn alles vorbei ist. Die Forbidden Kingdom Der Serie. Untertitelung des ZDF, 2020